Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Minimalismus-Mittwoch! Ich kann jetzt leider nicht mehr Vlogs singen, weil es Minimalismus-Mittwoch ist. Da muss ich mir wohl einen neuen Jingle einfallen lassen. Ich habe es euch versprochen und ich halte mein Versprechen diese Woche. Wie seht ihr in Schuhe aus? Ich fühle mich gerade so in einer interessanten Phase, weil ich mich in meinem Kopf schon voll mit dem Minimalismus identifiziere. Aber meine Wohnung und meine ganzen Gegenstände das überhaupt nicht widerspiegeln, weil ich halt noch so hart am Anfang stehe. Ich weiß, dass ich eigentlich nur so maximal 10 Paar Schuhe habe, die ich regelmäßig trage. Besitzen tue ich, ich würde schätzen, mindestens 50. Ich kann mir aber irgendwie auch nicht vorstellen, dass ich jetzt 40 Paar Schuhe aussortiere. Aber wer weiß, lassen wir uns überraschen. Ich werde jetzt mal alle hier hinter mir im Büro aufstellen und dann gehen wir mal Schuhsegment nach Schuhsegment durch. So Leute, was sagt ihr jetzt? Ich meine, die von euch, die mich schon länger schauen, die kennen meine Schuhsammlung. Die von euch, die neu sind. Mich würde mir interessieren, ob ihr jetzt überrascht seid oder nicht. Ich bin irgendwie, ich sitze übrigens gerade auf dem Schreibtisch, ich bin immer wieder überrascht, wie viele es auf einem Haufen sind. Ich denke immer, ja, es sind ja gar nicht so viele Stiefel irgendwie. 3, 4, 5, dann 3, 4, 5 Turnschuhe, 3, 4, 5 Stiefeletten, 3, 4, 5 Hohschuhe. Aber es ist echt, es muss sich etwas ändern, weil ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, dass ich so viele Sachen habe, die ich nie benutze. Und ich denke, das werde ich jetzt auch mal als allererstes machen, nämlich die Schuhe, die ich in den letzten, sagen wir mal, die ich 2020 getragen habe, raustun und beiseite stellen. Und dann überlegen, ob ich die auch behalten will und mir dann angucken, was noch übrig ist. Ach ja, zwei Paar Schuhe fehlen da übrigens noch, nämlich meine Wanderschuhe, die sind nämlich im Keller. Und meine Schlappen, die sind auf dem Balkon. Okay, ich habe hier wieder meinen Platz eingenommen. Und das hier sind jetzt die Schuhe, die ich im letzten Jahr eigentlich nicht anhatte oder nur einmal anhatte. Wobei diese ganz hinten im Eck Lackboots, die hatte ich wahrscheinlich im Frühjahr schon ein paar Mal an. Und das hier sind die Schuhe, die ich angehabt habe. Das sind meine Doc Martens, dann so Stiefel von Sing, glaube ich heißt die Marke. Dann Lackschuhe von Deichmann und Lofer von Deichmann. Die obere Reihe sind die, die ich eigentlich immer in die Arbeit anziehe. Dann der Rest ist Freizeit, also Sandalen, dann Birkenstock-Schlappen, schwarze Turnschuhe, Sportschuhe. Das hier sind auch Turnschuhe, die sind aber, das sind die Reebok Pumps. Die haben so eine ganz grobe Sohle, das ist ein bisschen besser, wenn man im Wald geht und so. Die sind ein bisschen stabiler, damit man nicht umknickt oder so. Das sind so Riemchen-Sandalen, die hatte ich, glaube ich, ein, zweimal an, aber schon eher wenig. Und dann noch meine, ja, das sind ja auch Lofer eigentlich. Die haben aber nur einen ganz dünnen Stoff, das heißt, oder heißen die Espanteries, glaube ich. Alle die hier hatte ich überhaupt nicht an. Wenn ich jetzt richtig radikal wäre, würde ich sagen, die kommen alle weg. Aber ganz so radikal bin ich dann doch nicht. Ich glaube, ich werde mir noch, wie viele sind das jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay, das sind schon elf. Von denen würde ich tatsächlich auch keinen wegtun. Allerdings, was schwarze Turnschuhe angeht, die, die da stehen, die sind relativ dünn. Die haben nur so einen ganz löchrigen Stoff. Die sind eigentlich fürs Reißen gedacht, weil die kann man komplett zusammenquetschen, dass nur noch die so hoch sind wie die Sohle quasi. Und wenn ich was Stabileres brauche, dann habe ich diese Adidas-Turnschuhe hier. Die haben aber auch schon ein Loch. Trotzdem würde ich die auch auf jeden Fall mal behalten, weil die einfach ein bisschen wärmer sind. Die hier sind einfach nicht für den Winter geeignet. Die habe ich halt im Sommer immer nonstop an, weil man da einfach nur reinschlüpft, vor allen Dingen zum Gassi gehen. Also vor allen Dingen bei meinen Stöckelschuhen war es so, dass ich habe meinen Lippenstift irgendwie aufgegessen, gerade beim Mittagessen, dass ich habe die in der Hand gehabt wieder. Und ich dachte mir sofort so, ich bin frisch verliebt, die kann ich auf keinen Fall gehen lassen. Und ich habe mir halt sofort gedacht, die kann ich auf keinen Fall wegtun. Aber jetzt, wo ich sie so alle auf einem Haufen sehe, ist mir das eigentlich schon wieder zu viel. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal eine Runde Gassi und besinne mich nochmal auf meine Vision von diesem klatterfreien Zuhause. Und vielleicht hilft das was. Vielleicht kann ich mich dann ein wenig besser drinnen. Zwei Paar Schuhe hatte ich, oder drei Paar Schuhe hatte ich schon aussortiert. Und eine Kladekreisel, die hat dann aber keiner gekauft. Und dann sind sie wieder zurück in meine Sammlung. So, ich war jetzt gerade Gassi, bin wieder da, habe ein bisschen frische Luft geschnappt und habe mich wieder auf mein Ziel besonnen. Ist das die Vergangenheit von besinnen? Ja, diese Vision habe ich wieder gefestigt in meinem Kopf von wirklich nur das, was man auch benutzt. Also werde ich es jetzt durchziehen und mir noch ein paar Schuhe aussuchen aus diesem Haufen hier. Sollte ich mir vorher ein Limit setzen. Und dann will ich eigentlich den Rest abgeben. Ich werde ihn dann nach und nach in Kleiderkreisel reinstellen. Falls ihr da vorbeischauen wollt, da heiße ich auch Agnes Sedina, so wie hier. Als Masse, wenn ich alle auf einem Haufen sehe, dann fällt es mir gar nicht so schwer zu sagen, okay, ich gebe das jetzt ab. Aber wenn ich dann ein Paar in die Hand nehme und mir dann denke, was da für Erinnerungen dranhängen und wo ich die überall an hatte und zu welchen Outfits die alle gut aussehen, dann wird es schwer. Okay, also legen wir los. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel Herzschmerz. Ich liebe hohe Schuhe. Komm her. Komm her, lass dich mal anschauen. Lass dich doch mal anschauen. Ja, hallo. Wen haben wir denn da? Bist du eine Unterstützung für mich? Eher weniger. Ich würde mal sagen, bitte nicht. Danke. Wisst ihr, das ist halt dann auch dieses, man will schon Sachen aussortieren, die man nicht trägt, aber man will halt auch nicht, dass in zwei Jahren Schuhe kaputt gehen und dann muss man sich wieder neue kaufen, obwohl man eigentlich zwei Jahre vorher ungefähr solche schon aussortiert hat. Deswegen sind relativ viele Turnschuhe jetzt mal geblieben und von hohen Schuhen kann ich mich sehr schlecht trennen. Das liegt zum einen daran, dass ich die wirklich wahnsinnig schön finde und zum anderen daran, dass ich halt auch ungefähr eine Million Hochzeiten habe in nächster Zeit, weil mein ganzer Freundeskreis oder mein ganzer Freundeskreis und auch der ganze Freundeskreis von meinem Mann und auch Kollegen und so weiter jetzt alle heiraten oder schon geheiratet haben jetzt standesamtlich dieses Jahr. Ich glaube, wir wären dieses Jahr auf drei Hochzeiten eingeladen gewesen, die alle nicht wegen Corona stattgefunden haben und nächstes Jahr wird es dann halt teilweise nachgeholt oder es war jetzt nur die standesamtliche und nächstes Jahr gibt es dann die kirchliche. Egal. Jedenfalls gibt es einige Anlässe. Und Sportschuhe will ich jetzt eigentlich nicht weg. Das mit den schwarzen Turnschuhen ist so eine Sache. Also der Punkt ist, ich hatte vorher, lasst mich kurz rechnen, 48 Paar Schuhe und ich habe jetzt gerade 11 Paar rausgelegt, die habe ich euch vorhin gezeigt, die ich behalten möchte, plus Wanderschuhe plus Badelatschen, also eigentlich 13. Und dann hatte ich den ganzen Rest hier stehen und von diesem ganzen Rest habe ich jetzt nochmal 11 Stück, die ich behalten werde. Die zeige ich euch jetzt. Also das hier sind die ersten 11, das hier sind die zweiten 11. Dabei sind einmal Stiefel von Mango, die habe ich erst letzten Winter gekauft und da ist Spinnenweb dran. Die liebe ich, die sind mega, mega schön. Dann die hier trage ich auch relativ oft, das sind so Lackboots. Dann hier, was ich vorhin gesagt habe, mit schwarzen Turnschuhen, die irgendwann kaputt gehen. Die haben hier innen schon ein Loch, aber ist jetzt nicht so schlimm. Die hier mag ich auch ganz gerne. Die habe ich auch oft in der Arbeit angehabt, letzten Winter. Die muss ich mal wieder anziehen, die habe ich bloß irgendwie vergessen. Und dann haben wir hier noch 6 Paar hohe Schuhe. Diese 3 hier, die behalte ich, Entschuldigung für die Geräusche, aber mein Hund schüttelt hier gerade. Entschuldigung, sein Kuscheltier muss ich verausgaben. Also, diese 3 hier behalte ich auf jeden Fall, weil ich nicht anders kann, weil ich nicht loslassen kann. Das sind zum einen die Zebra Pumps und dann die hier von Eldo und die hier von Dune. Die beiden hatte ich jeweils nur einmal an, die hatte ich glaube ich nur zweimal an. Genau, und dann nochmal 3 Heels. Und zwar zum einen diese hier, die sind ganz gut fürs Büro. Dann, die hier, die habe ich schon so, so lange. Die sind aus so einem 10 Euro Laden. Dann, Jenny Ferry, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es in Nürnberg, das ist so ein... Danke, aber ich bin gerade nicht in Spiellaune. Hasi, ich versuche hier was zu filmen. Bitte, tu mir den Gefallen. Ich weiß, ich kann kaum widerstehen, aber... Hasi, wir müssen jetzt ein YouTube-Video filmen. Die hier, 10 Euro Laden, habe ich bestimmt seit über 10 Jahren, habe ich wahrscheinlich mit 16 gekauft oder so. Und die halten erstaunlich gut. Gut, sie stinken immer noch so ein bisschen wie damals, nach Kunststoff und so. Aber die sind... Jiblin, hör auf. Sie sind eigentlich echt mega schön. Und vor allen Dingen, sie sind... Haben eine schöne Höhe. Also das ist so die Höhe, die ich mag. Und dafür sind sie echt bequem, weil ihr könnt vielleicht sehen, dass die hier vorne so einen Steg haben, der halt den ganzen Fuß hoch geht. Und dann auch hier um den Knöchel gehen. Also die sind sehr, sehr bequem. Die ziehe ich zum Beispiel auf so Sachen an wie Bergkirchweih oder sowas. Und dann haben wir hier noch einmal so ein bisschen formellere Pumps. Die sind ein bisschen... Ja, das wollte ich mal sauber machen. Ein bisschen ungewöhnlicher, weil die vorne relativ weit hoch gehen am Fuß. Und hier nur so einen Ausschnitt haben. Und das macht sie auch ein bisschen angenehmer zu tragen als so Pumps wie die hier, die bis ganz runter gehen. Wenn man hier ein bisschen besseren Halt drin hat. Genau, das heißt von denen kann ich mich einfach nicht trennen von diesen sechs High Heels. Auch wenn ich sie nicht auftrage. Und ja, die Gründe für die da oben habe ich euch gerade erläutert. Die hier bleiben sowieso. Und dann haben wir hier noch 24, glaube ich. Darunter schmerzliche Verluste. Und zwar seht ihr oben links die blauen. Das sind meine Hochzeitsschuhe. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die nie wieder anziehen werde, weil die dermaßen wehtun. Die hatte ich schon mal aussortiert, die Plateauturnschuhe. Dann meine Kuhstiefel. Das hier sind relativ neue. Ich glaube, das sind die letzten Schuhe, die ich mir überhaupt gekauft habe. Das hier sind so Steve-Man-Schuhe. Auch ein bisschen staubig, muss ich sauber machen. Daran seht ihr, wie oft ich die anhatte. Ja, und die hier muss ich mal noch diskutieren. Also die würden vielleicht auch doch bleiben, weil die hat mir mein Mann geschenkt. Und zwar war das das allererste Geschenk, was er mir jemals gemacht hat. Die fallen allerdings so ein bisschen auseinander. Also hier unten zum Beispiel. Da muss ich mal mit ihm klären, ob das ein großer Verlust wäre, ob die vielleicht doch bleiben dürfen. Genau, also die stehen noch zur Debatte. Ansonsten, die wollte ich schon so oft wegtun, habe es doch nicht getan. Dann hier, das sind High Heels, die ich ungefähr nie anziehe. Dann hier Flip-Flops von Evergreen Fitch. Keine Ahnung, wer sowas braucht. Die sind schon in Kleiderkreisel, die sind schon in Kleiderkreisel, die sind schon in Kleiderkreisel. Meine Loafer bloß in Altrosa. Dann meine Stiefel von Deichmann. Diese schwarzen Pumps hier an der Ecke, die tun mir ein bisschen weh. Die waren nämlich auch echt teuer und die habe ich extra für die Arbeit gekauft, weil die halt von ein bisschen höher sind und so und dadurch auch bequemer und vor allen Dingen haben die halt auch Slingback und so. Aber irgendwie, ja, ich gebe mir dann doch nicht immer so viel Mühe in der Arbeit, dass ich die anziehe. Deswegen, glaube ich, dürfen die auch gehen. Das sind die gleichen, die ich in schwarz habe und die hatte ich noch nicht so oft an. Ich habe wenn dann echt immer irgendwie die schwarzen an. Deswegen, glaube ich, kann ich mich von denen trennen. Die hier sind uralt. Die hatte ich immer zum Feiern an früher. Wenn man sie anhat, dann sehen sie eigentlich noch ganz gut aus. Von Forever 21. Die haben so viele Partys mit mir gefeiert. Aber, ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie nicht mehr so ganz mein Stil. Dann haben wir hier so Mules, glaube ich, heißt das. Einmal in weiß mit so einem Blockabsatz und einmal in schwarz. Die finde ich eigentlich so mega, mega schön. Aber ich bin damit einmal so hart umgeknickt in der Stadt auf dem Kopfsteinpflaster vor einer vollbesetzten Pizzeria. Und das war für mich so ein Trauma. Weil mir das so peinlich war, dass ich die danach wieder angezogen habe. Schaut mal, da ist sogar der Aufkleber noch drauf. Dann haben wir hier einmal so Sandalen. Die hier, dachte ich mir, sind ja perfekt. Habe ich bei H&M gesehen. Ziehe ich bestimmt ständig an im Sommer. Jo, hatte ich einmal an. Und dann diese hier. Die sind eigentlich echt ganz cool. Aber die habe ich auch schon ewig nicht mehr angezogen. Und zwar haben die nur hier so einen Steg von vorn nach oben. Das sieht eigentlich echt mega sexy aus. Und dann haben sie dieses Band hier um den Knöchel. Das kann man allerdings auch rausnehmen. Dann sind es einfach nur normale Pumps. Und das sieht dann auch mega, mega sexy aus. Die hätte ich auch bloß ein paar Mal an. Vielleicht fünf Mal oder so. Öfter nicht. Also ich muss meinen Mann nochmal im Rat fragen, was die angeht. Weil er mir die geschenkt hat. Und vielleicht noch die Zebra. Die zwei. Aber ansonsten würde ich fast sagen, dass ich 24 Stück aussortiere. Und das wäre dann, wenn ich mich jetzt... Moment, habe ich mich jetzt verzählt? Ist das dann die Hälfte? Nee, nicht ganz die Hälfte. Weil 46. Also 23 müsste ich dann... Oh, dann stimmt es ja, oder? Oh Gott. Also knapp die Hälfte. Ich müsste jetzt eigentlich noch ein paar aussortieren. Ein paar mehr. Dann hätte ich die Hälfte aller Schuhe weg. Aber statt noch ein paar wegzutun, werde ich wahrscheinlich entweder die mit den Mieten oder die mit den Zebras doch behalten. Und dann ist es nicht ganz die Hälfte. Aber es sind mindestens 45%. Also wenn ich das jetzt wirklich durchziehe und nicht heute Nacht panisch aus dem Albtraum aufwache, hier reinrenne und alle Schuhe wieder mir unter den Nagel reiße. Dann kann ich, glaube ich, sehr stolz auf mich sein. Und ich kann schon erkennen, wenn ich jetzt meine ganzen Schuhe so anschaue, dass ich da farblich schon einen gewissen Trend drin habe. Der da wäre schwarz, grau und beige. Oder? Was meint ihr? Gut, ich meine die Sportschuhe, die sind eigentlich auch grau. Und ich könnte auch die Schnürsenkel tauschen. Dann wären sie nur grau-gelb. Genauso bei diesen Pumps. Pumps heißen die eigentlich. Wenn ich die grünen Schnürsenkel da raus tun würde, dann wären die auch komplett grau. Und dann wären eigentlich alle Farbtupfer weg. Ich würde mal sagen, das ist wohl so mein Farbfeld. Ansonsten mochte ich noch gelb und blau und orange. Aber ihr seht, das sind alle Schuhe, die ich nicht so häufig trage. Ihr könnt mir in meine Kommentare schreiben, ob ich die mit den Nieten und die mit dem Zebra-Muster noch behalten soll. Also ich trage beide eigentlich gerne und sind noch beide bequem. Die mit dem Zebra halt nur, wenn ich dran denke. Die sind halt auch so ein bisschen untergegangen. Ich habe die halt auch oft nicht angezogen, weil ich halt so viele habe. Und die mit den Nieten habe ich halt im Winter gern auf Partys an. Die sind eigentlich auch sehr bequem. So, ich habe zwar den gleichen Pulli an und auch den gleichen Lippenstift und das gleiche Make-up und die gleiche Frisur. Aber ich schwöre, es ist der nächste Tag. Mir ist gestern ein bisschen schlecht geworden. Ich hatte irgendwie Magenschmerzen und habe dann nicht mehr weitergemacht. Deswegen steht auch alles noch hier. Und ich bin inzwischen schwach geworden. Und zwei Schuhe dürfen doch bleiben. Und zwar die beiden, bei denen ich gestern schon überlegt hatte. Nämlich die Stiefel mit den Nieten und die Zebra-Stiefel. Das heißt, das sind jetzt die 24 Schuhe, die bleiben dürfen. Und die hier werde ich alle in Kleiderkreise reinstellen. Ach, Moment mal, die habe ich da jetzt hingestellt. Ach, bei denen war ich mir jetzt noch nicht sicher. Ja, hu hu hu. Vielleicht Stabbel. Also diese 21 Paar gehen sicher. Jetzt werde ich nochmal eben die ganzen verschiedenen Stellen putzen, an denen ich die Schuhe immer aufbewahrt habe. Das waren nämlich drei Stellen im Flur. Nämlich diese Schalen, die am Boden stehen. Dann im Schuhschrank. Und dann noch unter der Garderobe ist so ein schmales Fach. Und dann habe ich noch welche im Kleiderschrank. Ganz unten habe ich so ein Gitter, was man rausziehen kann. Dann habe ich noch einen kleinen Schuhschrank neben dem Kleiderschrank. Und ich hatte auch noch welche unter dem Bett. Aber das will ich auf jeden Fall eliminieren. Also unter dem Bett will ich keine mehr haben. Ich putze jetzt mal die ganzen Stellen und dann räume ich die wieder rein. Ich hätte euch vielleicht ein Vorher zeigen sollen. Das habe ich leider verpasst. Aber ihr könnt es euch ungefähr ausmalen. Also putzen, einräumen und gucken, wie viel Platz wir wirklich noch brauchen. Okay, ich habe alle Schuhe wieder eingeräumt, die ich behalten möchte. Und ich kann kaum glauben, wie geil das Ergebnis ist. Ich habe euch jetzt leider nicht gezeigt, wie vollgestopft das alles vorher war. Aber unterm Bett sind gar keine mehr. Und im Flur sieht es jetzt folgendermaßen aus. Von drei Schuhschalen auf eine Schuhschale. Und Schuhschale, lustiges Wort. Und in dieser sind nur die von meinem Mann. Und hier sind meine flachen Schuhe und diese Stiefel mit einem ganz kleinen Absatz. Dann habe ich meine Stiefeletten hier unten untergebracht. Das sind die mit dem Zebra, die Lack, dann die mit den Nieten und hier meine Dogmatens. Meine einzigen zwei hohen Stiefel hängen hier. Nehme ich einmal die flachen und einmal die hohen. Dann hier in dem Schuhschrank hinter dem Kleiderschrank sind meine Sommerschuhe. Nämlich einmal diese Loafer hier und hier unten Sandalen, also die beiden Birkenstockschuhe. Und hier unten haben wir dann noch, die fallen hier leider um, aber das macht ja nichts, meine Arbeitsloafer und meine Sommerturnschuhe, die nur so einen ganz löchrigen Stoff haben. Hier wäre also theoretisch auch noch Platz. Und im Kleiderschrank sieht es jetzt so aus. Also das sind jetzt alle High Heels, die ich noch habe. Das sind wirklich meine absoluten Lieblingsstücke. Die hier habe ich jetzt doch noch behalten, weil mein Mann gesagt hat, dass sie ihm so gut gefallen. Und dass das schade fände, wenn die wegkommen. Und naja, da habe ich mich irgendwie überreden lassen. Deswegen, ja, sind die jetzt auch noch dabei. Ansonsten wäre es ein paar weniger. Es sind jetzt zwei, vier, sechs, acht Paar High Heels noch. Oh, ich bin so happy, wie das jetzt im Flur aussieht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich es schaffe, dass da gar keine Schuhschale von mir mehr steht. Also theoretisch könnte man es natürlich auch anders machen und sagen, mein Mann kriegt den Schuhschrank, der dort hängt und meine Schuhe stehen unten. Aber ist ja im Endeffekt unterm Strich egal. Ich glaube, mein Mann, der müsste so sieben Paar Schuhe haben vielleicht. Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich noch ein paar vergessen habe, neben Schlappen und Wanderschuhen, nämlich Gummistiefel. Die sind auch im Keller. Die brauche ich aber äußerst selten. Aber, ja, die hatte ich früher für Festivals und so. Die werde ich aber auch nicht weggeben jetzt erstmal. Weil vielleicht habe ich ja doch eines Tages einen Garten. Und dann werde ich die natürlich brauchen. Und im Keller stören sie mich jetzt auch eigentlich nicht. Deswegen werde ich mich von denen jetzt erstmal nicht trennen. Genau. Das war es schon wieder mit diesem Minimalismus Mittwoch-Video. Ich würde vorschlagen, dass wir nächsten Mittwoch mal die Garderobe machen. Die hat es nämlich bitter nötig. Ich habe so unendlich viele Jacken. Und es fällt mir sehr schwer, die auszusortieren, weil jede Jacke wirklich ganz unterschiedlich ist. Also ich habe ganz, ganz, ganz unterschiedliche Jacken. Und deswegen denke ich mir, ich habe keine, die so ist wie die. Aber, ja, ihr kennt es selber. Genau, also das machen wir nächsten Mittwoch. Und am Samstag gibt es auch wieder ein neues Video. Ich weiß allerdings noch nicht, was. Also ich habe noch keine Idee. Das heißt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht für Samstag. Wenn wir jetzt da schon wieder was aussortieren, dann ist es vielleicht ein bisschen viel aussortieren. Drei Aussortiervideos hintereinander. Aber schreibt mir einfach mal, was ihr gerne sehen möchtet am Samstag. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Ich würde mich wahnsinnig freuen über ein Abo von euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, auch über einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch über einen Daumen nach unten, damit ich Bescheid weiß. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Samstag Video. Samstag Video? Am Samstag wieder. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.